Ja, Jon, du weißt selber, dass das nix... Sollen wir nochmal anfangen? Nee, passt. So, Jon. Ist halt wieder bei dir im Stadion, da bin ich halt schlecht. Ja, das stimmt, das ist halt ein krasser Vorteil. Deswegen wollte ich eigentlich auf dem roten Stuhl. Boah, das ist ja mal sehr lucky. Von deinem, ne, da räume ich dich einfach so ab. Ja, sehe ich genauso. Den sehe ich einfach nicht. Ja, genau, zack, da ist es. So einfach geht's, Haui, so macht man das. Der war doch nicht mal vor dem Mann. Der schießt halt durch den durch. Also, jetzt würde ich echt mal gerne wissen, wie das funktionieren soll. Schau es dir an, genau so geht's. Flanken. Das ist ja wirklich ein Witz, so einfach. Sollen wir jetzt mauern? Da warst du noch eine halbe Stunde, bis die Schwung war. Du warst doch gefühlt nicht mal in meiner Hälfte. Oh, eh. Ja, Alter. So gut, Absturz halt auch noch. Natürlich. Ja, sehr gut. Alter, Neujahr, bist du betrunken? Ja, schön, 80 Yard da gewonnen. Neujahr, spiel mit, danke. Ja, und das ist halt auch einfach meine Karte. Oh, ja. Und das ist es halt, ne? Sehe ich nicht. Machst du mir das Ziel an? Natürlich. Come on. So wichtig, mit 1-0 in die Pause zu gehen. Komm, jetzt pfeifen wir ab, oder? Ja, jetzt pfeifen wir ab. Jetzt fass du ja im Angriff. Jetzt können wir abpfeifen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Tor gefallen ist. Ah, ja, die Flanke. Ja, diese Flanke durch, alle Männer durch. Foul. Wo, in welcher Welt ist das ein Foul? Ach Gott. Abseits, sehr gut. Jedes Mal. Ja, dann schick ich ihn halt nicht immer da rein. Hast du gelupft? Ich wollte lupfen, ja. Ich dachte, der Torwart kommt irgendwie raus. Das wäre die Chance gewesen. War eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Abseits. Ja gut, Vorteil. Für wen? Nee. Oh, ich will einfach weiter in den Lauf. Nee. Da fällt's. Muss es auch langsam mal. Ja, aber da wollte ich extra da in diesen Passweg rein. Und dann läuft der da. Langsam muss es auch fallen. Ich darf ja keinen Controller kaputt machen, ne? Das wäre ja doof. Jo. Neuer! Fangen wir den Ball? Oh Gott, das ist ja so Panne. Boah. Okay. 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 Dann schenkt man's halt wieder her. Junge Lewand Golsky. Was ist denn mit ihm eigentlich heute? Nix getroffen bei dir? Doch. Das erste hat er gemacht. Da will ich halt schon permanent hinlaufen mit meinen Spielern und ich krieg den Spieler nicht. Da macht er's, ne? Da macht er's. Super. Serge, komm. Ja. Das sehe ich genauso. Den habe ich dringend. Den muss ich sagen. Er würde einfach nicht funktionieren in der Situation. Hass ich halt solche Leute. Was? Ja, einfach die einfach nur die Linie lang laufen und dann querlegen. Dafür kriegst du jetzt noch ein Gegentor, sag ich. Und vorbei. Gutes Spiel habe ich. Oh, irgendwie. Ich bin gar nicht zufrieden. Hätte auch gern gewonnen, aber... Faires Unentschieden. Faires Unentschieden. Oh, oh, esse ist mein Ding wird es jetzt super, ich bin kein Ding. Ich bin kein Ding, aber das ist ganz schön.